Ja, unser Goldschmied wird eine Weile arbeiten, auch wenn er die Goldnuggets direkt vor der Nase hat. Bin ich froh, wenn ich die alle in die Kaserne stecken kann. Und ja, wenn wir dann schon dabei sind. Dann schließen wir die Goldschmiede und die Goldmine auch gleich an. So, unsere beiden Träger sind schon mal unterwegs. Ich habe vier Bogenschützen, zwei Schwertkämpfer und einen Speerkämpfer. Oh, okay. Die bauen den Kriegsturm tatsächlich gerade wieder auf. Irgendwas ein bisschen. Okay. Du hast den Wehwer von, gut. Kaserne ist fertig, auch gut. Das heißt, meine komplette Besetzung an Leuten. Ich kann in die Kaserne. So, wir haben genug Nahrung dort eingelagert. Das kriegt auch mehr Nahrung hier einlagern. Okay, ihr seid alle hungrig. Okay, ihr seid richtig hungrig. Das heißt, es kommt erstmal ordentlicher Nahrungsverbrauch. Zum Glück haben wir genug Nahrung jetzt eingelagert hier. Oh, jetzt werden Straßen schon gebaut. Auch gut. So, jetzt hattest du da reingehen können. So, der nächste Hungrige. So. Der nächste. Ja. 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 Ja, die fangen alle an, schon Damage zu nehmen, weil sie hungrig sind. Ist aber nicht so schlimm. Doof ist nur, dass unsere Nahrung dadurch jetzt ein bisschen runter geht. Aber in der Kaserne dürften sie fast nichts verbrauchen. Und recht schnell hochheilen. Ja. Gut, du. Geschirr. Oh, Tempel steht leer. Du mach bitte endlich mal Zeug. Also Öl. Du hast Eisenschmesser von Gut. Du bist erwachsen und du bist erwachsen. Ja. Das heißt, ihr könnt beide hier einziehen. Ja, du wirst eine Weile brauchen. Träger und Träger und Erwachsen. Wobei, du gehst doch da oben. Und wir haben keine Steine. Da habt ihr die Steine aber schön schnell aufgebraucht. So, du kannst nichts mehr herstellen. Also wirst du jetzt erstmal wieder Leder. Falscher Beruf. Schuster. Träger, Träger. Eisenmiel steht leer. Da war eine Erfahrung und kann trainiert werden. So, du heiratest? Fand kein Ehepartner. Na gut. Du hast Droide erfunden und kannst trainiert werden. So, dann heiratest du halt. Roald. Und arbeitest jetzt hier. Ich muss nämlich jetzt erstmal jeden Soldat mit Bier ausrüsten. und dann den Speermacher leer machen. Wenn das Geschirr hier fertig ist, dann müssen Steine um Stein gehackt werden. Denn diese Straßen müssen fertig werden. Der Kriegsturm wird da tatsächlich wieder nach und nach aufgebaut. Von Layout. Ein Layout bauten Kriegsturm. Irgendwann muss ich auch Steine hier unten klopfen. Wahrscheinlich. Oh, wir sind gerade recht Weizenarm, weil jetzt erst die neue Ernte kommen muss. Aber ja, ich glaube nicht, dass uns Mehl so schnell ausgehen wird. Gut, du hast die Warnmenge, die du brauchst, die du solltest, hergestellt. Das heißt, du gehst jetzt Eisen schirfen. Äh, Stein kloppen. Oh ja, die Speere werden geholt. Sehr gut. Aber du hast Hunger. Nicht ganz so gut. Und ich kann die ersten Leute mit Bier ausrüsten. Sehr schön. Also ja, zum Glück gibt es noch genug Holz. Und jetzt gibt es auch Steine, damit wir das Zweifamilienhaus fertig bauen können. So, jetzt die besonderen Gebäude. auf welchen ich weiß, ob die Ah, nee, nehmen wir die Werkzeugschmiede da weg. Und setzen sie lieber wirklich hier oben hin. Hier so zentral. Was jetzt wichtiger ist, ist die Rüstungsschmiede. Und die Schwert, äh, Waffenschmiede. Oder Schwertschmiede. Ja. Ach, du machst die Straße fertig. Ich auch gut. Gut, das Zweifamilienhaus ist fertig. Bier wird eingelagert. Mir ist die Leute mit Bier aus. Gut, du hast ein Goldschmiede nicht erfunden. Na doch, du findest den Weg nach Hause. gut. Okay, Öl wird ordentlich produziert und geliefert und alles du suchst nahrung da schicke ich dich mal nach da oben sich genauso